Während in Israel darüber diskutiert wird, wie es den Hamas-Kämpfern gelungen ist, einen Großangriff auf israelischem Territorium durchzuführen, hat ein führender Kopf der radikal-islamischen Hamas Einblicke in die Planung und Durchführung der Angriffe vom vergangenen Samstag gewährt. Ali Barakeh, der sich in Beirut aufhält, sprach mit der Nachrichtenagentur AP. Barakeh zufolge würde die Gruppe die israelischen Geiseln nutzen, um die Freilassung von in Israel und den USA inhaftierten Palästinensern zu erzwingen. Angesichts einer möglichen Bodenoffensive Israels auf den Gazastreifen erklärte Barakeh, dass sich Verbündete dem Kampf anschließen würden. Er räumte ein, dass die Hamas in der Vergangenheit Unterstützung vom Iran und der Hezbollah erhalten habe. Abonnieren